Kann wir fliegen mal dahin? Aha, harte hin! Harte hin! Harte hin! Direkt raus! Ok, jetzt bin ich schon genau in den Luft gelandet. Ok, cool! Hallo! Warte, der hat direkte Waffe! Ich muss den raus! Ah, ah! Der muss nachladen! Ok, er hat nachgeladen! Oh ne Waffe! Waffe, Waffe, Waffe! Oh nein, 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 nein! Oh, kackt bei mir auch einer! Warte, warte, warte! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Ich hab ihn! Easy peasy. Ich bin cool geblieben und hab's durchgezogen. Ich hör Schritte. Ich sollte mal auf automatisches Feuer einstellen. Komm, was seid ihr Mist-Sau! Hab ich den auch kalt gestellt? Wo ist der? Einer da? Holy fucking shit! Was machst du so? Ähm, ich suche hier grad jemanden, aber ich finde ihn nicht. Ist das der vielleicht, der bei mir war? Okay. Ich hab meinen ersten Kill. Sehr gut! Souverän ausgespielt. Leicht panisch, aber souverän. Ja. Hast du grad ne Tür aufgemacht? Ja. Ja. Holy! Okay, ich bin down. Hinter dir? Äh, ja, ja, warte! Da in die Richtung, wo du läufst, sind die andere Richtung. Komm mal rein. Das ist doch geschiss so leicht. Oh, genau in dem Moment schießen die. Die sind da. Zwei mindestens. Okay. Zieht du da irgendwo durch, oder? Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Seh'n dich nicht. Okay, vielleicht sehen sie dich jetzt. Ja, die bieten sich. Ich wollt grad sagen, Alter. Jetzt schießt du auf die, wo der draufschießt und dann kommt der Ecke wieder an dich weg, Alter. So ne Gratte, Alter. Souverän ausgespielt. Leicht panisch, aber souverän. Ja.